Wir stellen dir das neue EagleFit EMS Home Training System vor. EagleFit hat bereits seit 2017 Erfahrung mit EMS Systemen. Dieses neu entwickelte System steht den stationären Systemen in nichts nach. Es hat Power und die Bedienung ist intuitiv, schnell und einfach. Der EMS Stretch Anzug kann trocken verwendet werden und fügt sich wie eine zweite Haut deinem Körper an. Nach dem Training kannst du den Anzug bei 30 Grad in der Waschmaschine waschen. Du kannst für deinen Partner einen zweiten Anzug erwerben, sodass ihr nacheinander trainieren könnt. Die Steuerung erfolgt über dein Smartphone mit unserer kostenlosen App. Es gibt super vorgefertigte Programme oder du stellst die Impulse individuell ein. Alle Möglichkeiten stehen dir frei. Nutze in Zukunft unser effektives Home Training System. Zuhause oder unterwegs. Bis zum nächsten mal. Bulginruktion jetzt into Kongjolisch Moort oder Wasnü who macht den König Simin Und Vielen Dank.